Darf ich Ihnen was sagen? Ganz unter uns? Wir brauchen Sie gar nicht mehr. Jetzt gucken Sie nicht so betröppelt, Sie wussten es doch vorher. Sie sind nicht nur Arbeitslose, Sie sind auch überflüssig. Wir machen ein Angebot, 361 Euro im Monat, Hartz IV. Und dafür halten Sie die Klappe. Schweigegeld. Und wenn Sie die Klappe aufmachen, dann mittags im Fernsehen, wo Sie mit Ihresgleichen vor der Kamera rumproleten können. Mitten im Leben. Wir werden Ihnen alles nehmen, nur den Fernseher nicht. Versprochen. Egal wie groß er ist. Wir werden dafür sorgen, dass dort nichts Relevantes läuft, was Ihren Alltag in irgendeiner Weise stören wird. Wir werden dafür sorgen, dass im Discounter der Alkohol so billig bleibt, dass sich wenigstens einmal die Woche die Hucke zusaufen können. Alle vier Jahre veranstalten wir Wahlen. Damit es so aussieht, als würden wir uns für Ihre Meinung interessieren. Und damit es so aussieht, als würde es überhaupt etwas ändern. Alle zwei Jahre ein sportliches Highlight. Damit das kollektive Dahinsiechen vom kollektiven Freudentum übertüncht wird. Da können Sie jetzt im Sommer wieder die Schwänchen schwenken, wenn Jogis Jungs spielen. Und wenn Sie das alles als Gott gegeben gefressen haben, Ihre Arbeitslosigkeit, Ihre Sinnlosigkeit und 2,1 Billionen Euro Staatsschulden, dann kürzen wir Ihnen die Bezüge, damit Sie sehen, wie schön Sie es vorher hatten. Und falls dann noch einer die Klappe aufmacht, dann haben wir in der Hinterhand immer noch den internationalen Terrorismus. Dann kommen wir mit Turban und langen Bart. Und ich sage, nein, es machen wir Ihnen so lange Angst, dass Sie ihn durch Mark und Bein fährt. Und spätestens dann, spätestens dann, fressen Sie uns aus der Hand. Ich wünsche Ihnen eine glückliche Zukunft. Toi, toi, toi.